Die Ferienrücken, haben Sie denn eigentlich schon einen Ferialjob? Ja, ich mache ein Praktikum im Bärzau für die Tourismusschule aus, zwei Monate lang. Und war es schwierig, so einen Platz zu finden? Ja, ich habe halt über 20 Leute angerufen und entweder war ich zu jung oder ich bin halt nicht genommen worden, weil es sich jemanden gehabt hat. Nein, aber ich bin auf der Suche. Es kann immer andauernd Stellen anzeigen, wo man aber Erfahrung haben muss oder am Führerski haben muss, darum ist es nicht mehr so leicht. Also man findet nicht mehr so einen leichteren Job, einen Realsjob. Wie lange suchen Sie denn schon? Also, ja, seit dem Jänner eigentlich. Aber trotzdem habe ich nichts. Am Vollpunkt der Tee suche ich immer, aber da ist es meistens auch so, dass man den Führerski braucht oder halt Erfahrung. Manchmal dürfen Sie ja gar nicht an, also halt nicht zurückhaben. Man ist nicht so leicht. Die Ferien stehen vor der Tür. Haben Sie schon einen Ferialjob? Ja, habe ich. Und was für einen und war es schwierig, ihn zu finden? Es war eigentlich sehr schwierig, einen zu finden. Ich habe mich an mehreren Stellen beworben, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Nur durch einen Bekannten habe ich dann was bekommen. Die Ferienrücken, haben Sie schon einen Ferialjob? Nein, noch keinen. Und ich mache keinen. Sie haben gar nichts vor, einen zu machen? Wenn noch was kommt, gern, aber höchstwahrscheinlich nicht. Haben Sie gesucht, beziehungsweise war die Suche schwierig? Jein, ich habe mich nicht sehr angestrengt. Also, nicht wirklich. Das heißt, es ist Ihnen nicht ein großes Anliegen, in den Ferien zu arbeiten? Nein, ich bin lieber bei meiner Tochter daheim. Haben Sie schon einen Ferialjob? Ja, in Ischgl, in Pitspreen und drei Monate lang. Von der Tourismusschule aus. Und was werden Sie da machen? In der Küche. Ja, wahrscheinlich zuerst ein bisschen abwaschen und so, aber nachher, ja, schon richtig arbeiten. Und war es schwierig, den Platz zu finden? Ja, schon. Ich habe viele Leute angerufen und manche hatten schon welche Mannbetriebe. Suche ich keine. Ja, aber jetzt bin ich froh, dass ich einen habe. Nein, ich darf leider noch kaum machen, ich bin zu jung noch. Würden Sie gerne arbeiten? Ja, eigentlich schon. Was würden Sie da am liebsten machen? Ja, das ist eigentlich egal. Ich habe eigentlich noch keine klare Vorstellungen davon, weil ich aber noch kaum gemacht habe und so, aber ich würde schon gerne. Und warum würden Sie denn gerne arbeiten? Gestern haben Sie Geld? Nein, auch einfach, es ist einem einfach langweilig in den Ferien oftmals. Und ja, ich will sowieso eine Lehre anfangen und das wäre einfach eine super Vorbereitung oder so.